So, da bin ich wieder und habe, naja gut, tatsächlich, ehrlicherweise, 20 Minuten gebraucht, um das Problem zu finden. Aber wir hatten beim letzten Mal die Schwierigkeit, dass unsere Ameisen zwar optimiert, also kurz zusammenzufassen, die letzte Folge, wir wollten die Wege, die die Ameisen von Ziel zu Ziel nehmen, optimieren, weil standardmäßig die halt im Zickzack laufen. Wir hatten aber ein paar Methoden implementiert, um das ein bisschen zu umgehen, weil das Zickzack laufen machen sie nur, wenn ich Gehe zu Ziel verwende. Wenn ich aber mit Methoden wie Gehe geradeaus oder Gehe in Richtung oder Drehe in Richtung arbeite, dann tun sie das nicht. Jetzt hatten wir natürlich beim letzten Mal, wie das so ist, wenn man live codet, die eine oder andere Schwierigkeit. Das hat nämlich nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe aber den Fehler inzwischen gefunden. Und zwar war das Problem, dass ich hier Copy-Paste-Fehler natürlich wieder. Als ich hier gezeigt habe, dass es bestimmte Richtungen und bestimmte Entfernung gibt, habe ich hier bestimmte Richtungen einfach nach unten kopiert. Ich hatte also die bestimmte Richtung Methode genutzt, um die Distance zu messen. Was dazu geführt hat, dass die Ameise natürlich auf halbem Weg einfach stehen geblieben ist und umgedreht ist, weil sie ja den Zucker noch kennt und so weiter und so weiter. Ich habe es jetzt optimiert. Ich habe hier aus bestimmte Richtung bestimmte Entfernung gemacht. Dasselbe Problem hatte ich hier oben auch beim Tick, wo wir festgestellt haben, wie weit die Ameise noch vom Bau entfernt ist. Und jetzt funktioniert das auch mit der Sichtweite richtig. Ansonsten diese ganzen Unterscheidungen, ob das der Bau ist oder ob das irgendwas anderes ist, die waren alle nicht notwendig. Ich hatte ja alle nur reingemacht, weil ich nicht sicher war, was das Problem ist. Alles gar kein Problem. Ich habe alles wieder rausgenommen. Ebenso rausgenommen habe ich diese komische Unterscheidung, die wir ganz oben gemacht haben. Hier, wo wir noch geguckt haben, ob wir, nee, gar nicht wahr, hier oben, wo wir noch geguckt haben, ob hier das Standardziel vielleicht nahe ist. Aber das ist alles irrelevant. Hier ist nur wichtig, kenne ich einen Zucker oder nicht. Und alles andere funktioniert jetzt. Kurz der Beweis dafür. Ich starte unsere Ameisen. Und die Pir-Ameisen starten los. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Und so sieht es aus, wenn diese Ameisen tatsächlich ordentlich funktionieren. Und jetzt kann man auch schon sehr klar erkennen, dass es hier keineswegs um irgendeinen Zickzackpfad sich handelt, sondern dass die alle sehr, 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 sehr gezielt auf das Ziel hinlaufen und auch wieder weg. Und das ist, glaube ich, so die effizienteste Art und Weise, wie man Zucker sammeln kann. Das Problem ist jetzt nur, dass das so lange gut funktioniert, wie der Zuckerhügel da ist. Wenn der aber verschwindet, sieht man gleich, dass die Ameisen pfeilgerade, und zwar genau in dieser Konstellation, ins Nichts... Okay, normalerweise ins Nichts laufen. In dem Fall ist jetzt halt ein neuer Zucker aufgetaucht. Der Zufallsgenerator des Spiels ist so mittelcool, weshalb das eigentlich trotz allem eine gute Strategie ist. Vielleicht sind wir bei dem anderen Glück. Mal gucken, was passiert. Ne, Simulation vorher zu Ende. Gut, ähm, der Zufallsgenerator sorgt trotzdem dafür, dass die Zuckerhügel aus irgendeinem Grund immer wieder an derselben Stelle auftauchen. Das ist natürlich ein bisschen dämlich, was diese ganze Argumentation mit dem Optimieren auf einen Weg angeht. Okay, aber so ist es nun mal. Ihr habt es gerade gesehen, das kann unglaublich viel Zeit sparen. Diese Ameisen sind wesentlich effizienter als alles andere, was man an Pfadfindung so implementieren kann. Ähm, gut, ähm, völlig anderes Thema jetzt, weil ich habe bei den Methoden ja gezeigt, dass es diese bestimmte Entfernung in bestimmte Richtung gibt. Also diese Koordinatenklasse, die ist super wichtig, wenn es darum geht, andere Dinge zu tun. Im Moment ist es so, dass wir die Ameisen dahin navigieren, wo der Zucker liegt. Also in dem Fall speichern wir ja in der Variable diesen Zucker. Das funktioniert aber nur mit Ameisen, die den Zucker selbstständig gefunden haben. So, das Langzeitziel sollte jetzt sein, die Information eines Zuckers an die anderen Ameisen zu leiten. Das kann man einerseits mit einer großen Markierung machen. Das ist eine Möglichkeit und da in Ant-Me 1.6 die Markierungen noch alle riesig groß sein können, ist das auch so die gängige Methode, um das zu tun. Also in dem Moment, wo ich einen Zucker sehe, einfach eine riesig große Markierung zu machen, die über das komplette Spielfeld geht und alle Ameisen erreicht. Die würden dann sehr zielstrebig zu diesem Zuckerhügel hinfinden. In der Folgeversion wird das aber nicht mehr funktionieren. Außerdem geht mir persönlich da ein bisschen diese Programmierkunst verloren, weil das ist natürlich einfach ein Broadcast an alle. Hallo, hallo, hier ist Zucker und alle laufen zum Zentrum der Markierungen. Viel spannender wäre jetzt, wenn mithilfe dieser Markierungen, sagen wir mal, Koordinateninformationen oder Informationen über diesen Zucker übertragen werden können. Deshalb gucken wir uns mal an, wie diese Markierungen grundsätzlich funktionieren. Das hatten wir ja schon in den ersten Folgen gemacht. Wenn ich jetzt also zum Beispiel so einen Zucker sehe und ihn mir nicht nur merken will, sondern einen Broadcaster an alle schicken will, dann ist Spuriermarkierung normalerweise so ein bisschen das Mittel zum Zweck. Und die Parameter, die ich hier verwenden kann, hatten wir schon mal angeschaut, ist Information. Das ist das, was ich nachher auch auslesen kann aus der Markierung. Oder noch zusätzlich eine Größe. Die Größe ist, wie gesagt, kann man ja mal gucken, da kann man eine irrsinnig große Zahl eintragen. 4000 ist ungefähr der Radius des Spielfeldes oder der Durchmesser des Spielfeldes. Und das ist durchaus legitim, das funktioniert. Und sorgt für so einen großen, na, doch nicht, das ist dann die Maximalgröße. Es gibt eine Maximalgröße, aber die ist leider viel zu groß. Das ist schon nicht mehr realistisch, leider, leider. Da haben wir beim Optimieren ein bisschen geschlampt. So, jetzt haben wir hier so einen Flash, der aber auch schon groß genug ist. 1000 ist absolut groß genug, um fast alle Ameisen auf diesem Spielfeld zu erreichen. Also, man könnte jetzt das Informationssystem so umbauen, dass alle Ameisen, die aktuell noch kein Ziel haben, das ist mal wieder wichtig. Und jetzt müssen wir natürlich auch mit Ziel Optimized arbeiten. Die sollen zum Zentrum Optimized übrigens. Das könnte jetzt auch tatsächlich funktionieren. Ungetestet, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Die würden dann zielstrebig zum Zentrum der Markierung, oder ja, doch, zum Zentrum der Markierung gehen, um dort dann letztendlich den Zucker zu finden. Und am Ende des Tages würden alle Ameisen diesen Zucker hier sammeln. Das ist super effizient, wenn man sich voll auf Zucker konzentriert. Diese Ameisen tun jetzt nichts anderes mehr als diesen Zucker sammeln. Mit unserem Zufallsgenerator ist das auch eine sehr, sehr effiziente Sache. Das ist, glaube ich, so das Optimum, was man machen kann, wie gesagt, wenn es um Zucker sammeln geht. Aber da ist die Informatik-Herausforderung natürlich super schmal. Und mit der neuen Version wird das auch nicht mehr funktionieren, weil wir da einfach gesagt haben, okay, das ist dann doch zu simpel. Gut, wir versuchen jetzt nämlich ein bisschen was anderes. Die Masterclass ist natürlich, in dieser Markierung weitere Informationen zu speichern. Und das nehmen wir mal kurz wieder raus, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Dort, wo wir die Markierung sprühen, diese Informationen hier zu verwenden, um weitergehende Informationen zu kodieren. Wir hatten das ja schon mal gemacht bei der Ameisenstraße, wo wir gesagt haben, wir speichern dort die Richtung rein. Also wo wir so einfach eine Zahl zwischen 0 und 360 reingespeichert hatten, um anzugeben, in welche Himmelsrichtung der Zucker zu finden ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir da noch ein bisschen mehr rein speichern könnten. Das fängt damit an, dass wir erstmal rausfinden müssen, wo wir eigentlich sind. Weil die Ameisen selber, also ich würde hier gerne Koordinaten rein speichern, um das jetzt mal abzukürzen. Ich möchte gerne dort die Möglichkeit haben, eine beliebige Koordinate auf dem Spielfeld rein zu speichern, um dort die Ameisen nachher versammeln zu können. Meinetwegen interessant wird es bei beweglichen Zielen, zum Beispiel bei einem Käfer, wo man einfach in der Markierung regelmäßig die veränderte Koordinate mitschicken könnte. Gut, die Ameise selber, habe ich ja schon gesagt, die hat keine Ahnung, wo sie ist. Es gibt keine Position, es gibt kein X, es gibt kein Y. Natürlich hat die Ameise das, aber eine Ameise an sich ist nicht wirklich in der Lage, ihre eigene Position zu ermitteln. Zumindest nicht auf einem absoluten Koordinatensystem. Das würde uns natürlich helfen, aber leider, leider geht das nicht. Jetzt können wir so ein bisschen eine Hilfsstruktur mit nutzen. Ich würde dazu einfach mal kurz ein bisschen malen. Also wenn wir uns mal hier so ein Taktik-Board anschauen von Ant-Me, dann haben wir natürlich, also so funktioniert es intern, ein Koordinatensystem. Es gibt ein X und ein Y. So, das ist gängige Praxis. Die Ameise hat nur leider null Informationen darüber. So, jetzt gibt es irgendwo einen Ameisenhügel in der Mitte und die Ameise läuft irgendwo rum. So, jetzt hat sie hier irgendwo einen Zuckerhügel gesehen. Das findet sie super und möchte jetzt gerne der Ameise da hinten die Koordinaten dazu geben. Das ist die Frage, wie kann man das machen? Zuerst muss die Ameise selber mal rausfinden, wo sie ist. Und wir haben, wie gesagt, ein absolutes Koordinatensystem, aber leider null Informationen darüber, wo wir uns da drin befinden. Was wir aber haben ist, die Möglichkeit, ein alternatives Koordinatensystem einzuführen, nämlich so ein radiales, wo wir bei diesem orthogonalen Konzept hier einfach zwei Achsen haben, gibt es bei dem Radialen die Idee des Referenzpunktes, der ist irgendwo in der Mitte und die Koordinate ist angegeben in Entfernung und Richtung. Also, der, keine Ahnung, haben wir irgendwo null und der Winkel hier. So, nicht der Punkt, der Punkt ist falsch. Nein. So. Und hier, keine Ahnung, Alpha. Das ist die Idee des radialen Koordinatensystems. Und wenn wir uns das Spielfeld mal so anschauen, dann stellen wir fest, wir verfügen über alles, was wir brauchen. Wir haben nämlich den Kollegen hier. Das hier ist unser Referenzpunkt, der ist für alle Ameisen gleich. Und wir können das jetzt nutzen, um rauszufinden, wo die Ameise ist. Die Referenz auf den Bau, die haben wir schon. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Das haben wir ja für andere Sachen schon gebraucht. Was wir jetzt machen können, ist, über die Methoden, die wir schon haben, diese Koordinatenmethoden, rauszufinden. Zum einen, wie weit ist das Ding hier weg? Und in welchem Winkel? Also grundsätzlich diese Gradangaben, die wir kriegen, die referenzieren auf den Nullpunkt, der ist hier. Also alles, was waagrecht nach rechts geht, ist Nullgrad. Und Winkel öffnen sich nach unten. Also, wenn wir jetzt abfragen, in welche Richtung wir mit dieser Ameise, also wenn diese Ameise fragt, wo bin ich, dann kriegen wir diesen Alpha-Wert und kriegen die Entfernung hier. Das ist das, was wir speichern können grundsätzlich. Und da die Bestimmermethoden auch funktionieren auf andere Objekte, kann ich genauso gut auch die Entfernung zwischen den beiden Kollegen hier ausrechnen. Ich kann die Entfernung zwischen den beiden hier ausrechnen, wenn das sein muss. Und damit kann ich grundsätzlich mich frei auf dem Spielfeld bewegen und kann auch frei Koordinaten verteilen. Was man aber wissen muss bei diesem ganzen Konzept, ich mache das hier mal kurz wieder weg, diese Bestimmermethoden, die sind nicht ganz exakt. Die Bestimmermethode, ich male jetzt von oben, hat das Problem, ich brauche für dieses radiale Koordinatensystem die Entfernung vom Mittelpunkt des Referenzpunktes und dem Mittelpunkt der Ameise. Jetzt ist es aber so, dass ich hier einen Bau verwende und der Bau an sich einen kleinen Radius hat. Kleinen ist relativ, er ist ziemlich groß. Ich muss mal nachschauen, wie viel. Ich tippe mal auf 20 Schritte oder so. Und die Ameise hat das auch nochmal. Bei bestimmter Richtung ist das kein Problem, weil da der Mittelpunkt verwendet wird. Also diese Achse hier, der Winkel, der passt. Das ist in Ordnung. Was aber bei bestimmter Entfernung abgezogen wird, ist der Radius. Das heißt, bestimmte Entfernung gibt mir effektiv nur das da bis dahin. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was wir nachher drauf rechnen müssen. Ich muss nochmal nachschauen, wie groß die Radien tatsächlich sind, aber ich glaube, das hier ist 20 und das hier ist 4. Das heißt, wir müssen auf die Entfernung, die wir da ausrechnen, einfach nochmal plus 24 machen, um eine exakte Angabe zu haben. Man muss also die Radien bei all dieser Spielobjekte kennen, um die Berechnung richtig durchführen zu können. Sobald man mit dem Bau arbeitet, ist das kein Problem, nochmal einen fixen Wert, aber beim Zucker beispielsweise, die Größe des Zuckers verändert sich. Das muss berücksichtigt werden, wenn wir das Koordinatensystem nutzen, aber ansonsten kommen wir da eigentlich ganz gut mit klar. So, radiales Koordinatensystem hilft uns aber nicht beim Navigieren. Da brauchen wir grundsätzlich ein XY-Koordinatensystem, oder zum Beispiel, na brauchen wir nicht, können wir machen, aber das Umrechnen an sich ist auch relativ einfach, weil wir, wenn wir so ein orthogonales System haben, XY, so kennen wir das, dann sind die Angaben, die wir da haben, grundsätzlich das, was wir aus Mathe noch kennen. Hier, wenn wir so ein Pythagoras anwenden, das heißt, wir haben eine Längenangabe, das ist im Prinzip die Linie hier oben. Wir haben einen Winkel, das ist grundsätzlich das da, also wir müssen natürlich gucken, dass wir die Achsen richtig einhalten, aber wir können auf diese Art und Weise umrechnen, nämlich mit dem Logarithmus, ob wir, Logarithmus, was erzähle ich? Tangens, Sinus, Sinus, oder Sinus, Tangens, Cosinus, tralala. Damit können wir das umrechnen. Wer sich noch an diese Formeln erinnert, Sinus von Alpha war, ich glaube, die Gegenkathete durch die Hypotenose, das heißt, die können wir ersetzen. Das ist unser y-Wert, das ist unser x-Wert und das hier oben ist die Entfernung, L. Das ersetzen wir einfach, die Hypotenose ist einfach L. Das da ist unser x-Wert und wenn wir das entsprechend umsetzen, dann können wir uns ausrechnen, auf welcher x- und y-Koordinate, natürlich relativ zum Ameisenbau, also das wäre dann 0,0, können wir ausrechnen, wo wir sind. Das ist ganz nett, wenn man unabhängig von den eigentlichen Spielobjekt-Referenzen arbeiten möchte. Das gibt uns die Freiheit, Koordinaten auf dem Spielfeld anzugeben, die nicht von einem Spielobjekt belegt sind und trotzdem können wir hinnavigieren. So, wie kann das aussehen? Machen wir das hier mal wieder zu, brauchen wir nicht mal. Wir berechnen, im Prinzip, jetzt ist natürlich die Frage, was wir eigentlich machen wollen, denn wir können einfach mal die Koordinate, wir können zu jedem Zeitpunkt die Koordinate ausrechnen, das hilft uns aber nicht viel. Was wollen wir denn machen? Wir wollen zum Zucker navigieren. Lasst uns das doch einfach mal so machen. In dem Moment, wo wir einen Zucker sehen, versuchen wir das mal auszurechnen. Also wir haben zum einen die Distanz, das ist die Koordinate bestimme Entfernung, diesmal machen wir es richtig, von mir, also der Ameise, zum Bau. Und wir haben eine Richtung, Koordinate bestimme Richtungen. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen, die Reihenfolge hier ist wichtig, weil wir, je nachdem aus welcher Richtung wir gucken, der erste ist der Startpunkt, der zweite ist der Endpunkt, invertierte Richtungen haben. Also, this zu Bau zeigt nach rechts und Bau zu this zeigt nach links, das heißt, wir haben invertiert auf 180 Grad. Darauf müssen wir achten. Deshalb müssen wir unsere Richtungen immer vom Bau zum Objekt hin zeigen, ansonsten ist unser Koordinatensystem im Eimer. So, das ist das, was wir haben. Wir haben jetzt also eine Distanz und eine Richtung. Das sind schon die Koordinaten im radialen Koordinatensystem, beziehungsweise bei der Distanz müssen wir halt noch diese 24, ich bin mir nicht sicher, ob die 24 stimmt, das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Aber ich addiere einfach diese beiden Radien noch dazu. Ich glaube sogar, dass man das, kann man das rauslesen? Lasst mich kurz nachschauen. Wie? Radius, nee, steht da nicht drin. Wir können es aber im Debugger auslesen. Das können wir mal kurz machen, weil da steht es ganz sicher drinnen. Denn der Debugger ist sowieso euer Freund, wenn es irgendwie darum geht, Zusatzinformationen rauszufinden. Also machen wir mal da einen Breakpoint rein und starte die Simulation und dann sehe ich nämlich hier drinnen. Zum einen kann ich hier natürlich anhalten, aber zum anderen kann ich direkt mit Maus sehen, was in den Variablen steht. Aber ich kann hier auch, das habe ich ja vorhin schon mal gezeigt und die Devs unter euch wissen das auch, kann ich hier diese Quickwatch zum einen verwenden, kann hier oben irgendeinen Ausdruck reinschreiben, in dem Fall this als Referenz auf die eigene Ameise und kann hier mich durch das Objekt durchnavigieren. Auf erster Ebene sind alle, die ich selber implementiert habe und mit Base kann ich immer die entsprechende Basisklasse dazuholen. Base wäre zum Beispiel, das steht da hinten, da sieht man auch, wie der Implementierungspfad, also die Vererbungshistorie ausschaut. Wo oben noch meine Ameise steht, ist das hier schon die Basisameise, das ist die, von der ich geerbt habe. Dann geht es hier weiter mit der CoreAnt, das ist die, von der die Basisameise erbt. Es geht aber noch weiter, es gibt dieses CoreInsect, das ist das, was in der Engine zum Simulieren verwendet wird. Und hier drinnen habe ich auch diese CoordinateBase und spätestens hier sollte ich eigentlich, und jetzt sieht man auch schon, diese Non-PublicMembers, sind die, die der Debugger zwar sieht, aber die vom Spiel nicht gesehen werden. So, jetzt haben wir das nämlich, this ist erbt, also am Ende des Tages von einer Klasse, die heißt CoreCoordinate, und da stehen die ganzen Infos drin. Hier zum Beispiel XY-Koordinaten, das ist das, was nachher rauskommen sollte, theoretisch, also relativ natürlich zum Ameisenbau, die Koordinaten sind relativ zur linken oberen Ecke. Da steht die Richtung drin, die können wir tatsächlich auslesen. Hier steht aber auch der Radius drin, und das ist jetzt spannend. Der Radius einer Ameise ist 2. Das sollten wir uns merken. Was wir außerdem auslesen können, ist der Ameisenbau. Das sollten wir aber erst machen, wenn der Bau auch gesetzt ist. Wir können da durchsteppen. Oh, was außerdem vielleicht erwähnenswert ist, ist diese Watch hier unten. In einem dieser Reiter sollte der Bereich Watch zur Verfügung stehen. Das sind die Variablen, die ihr, also grundsätzlich gibt es 2, es gibt Locals. Und hier zeigt euch Visual Studio eigentlich immer die Sachen an, die im aktuellen Kontext interessant sind. Also wenn man das mal aufklappt, this ist immer interessant, weil da bin ich gerade. Ansonsten gibt es hier noch ein paar andere Geschichten, wie zum Beispiel die Variablen, die ich angelegt habe, und weitere Dinge. Also in dem Moment, wo ich in der Methode drinnen Dinge implementiert habe, also wenn ich hier eine Variable deklariert hätte, wäre die hier auch drinnen. Also es sind alles die Variablen, die aktuell in diesem Kontext interessant sind. Und bei Watch kann ich die Dinger selber definieren. Also wenn ich feststelle, ich brauche eigentlich ständig die Variable, keine Ahnung, this, können wir ja mal versuchen. This as, wie hieß es denn, Core, Core, Coordinate, ach, vergessen wie es heißt. And me, Simulation, Core, Coordinate, da ist sie, Core, Coordinate. Dann casten wir unser this, nach da und kriegen, äh, Core, Coordinate, war es aber doch. So rum. Wobei das eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Hm, war es nicht Core, Coordinate? Core, Insect auf jeden Fall. Insect. Ja, Core, Insect. Also wenn ich Variablen aus dem Bereich brauche, dann kann ich hier einfach gezielt auf diese Sachen zugreifen und hier drinnen sollte eigentlich auch, ah, Coordinate Base wäre es gewesen. Da sehe ich die unsichtbaren Sachen nicht blöd. Coordinate Base. Hm, naja, wie auch immer, hier unten kann ich Variablen eintragen, für die ich regelmäßig Infos haben will. In meinem Fall habe ich jetzt hier schon mal Ziel eingetragen und Ziel Optimized. Das hatte ich vorhin gebraucht, als ich den Gram debuggen wollte. Ähm, aber hier kann man natürlich auch noch zusätzliche Sachen eintragen. Gut, ähm, was wollte ich noch ausfinden, bevor ich einen Cut mache? Ich wollte rausfinden, wie groß der Radius des Baus ist noch. Das finden wir noch schnell raus. Das machen wir wieder über die Quickwatch. Base, Base non-public, la la la, und auch der erbt irgendwann von Coordinate Base. Und hier gibt es auch einen Radius. Oh, der ist sogar wesentlich größer, als ich dachte. Ähm, 48. Das Problem an dieser Information ist jetzt aber, dass das, ähm, Core-Informationen sind. und, äh, der Core in einem anderen, ähm, in einem anderen Maßstab arbeitet. Fragt mich jetzt aber bitte nicht, wie man das umrechnet. Äh, das war ein bisschen dämlich. Das heißt, wir können mit dieser Information eigentlich gar nichts anfangen. Habe ich hier alles richtig? Ich glaube, irgendwo kann man auch diese, Radius, irgendwo stehen auch der andere Radius drin. Das ist auch der. Manchmal sucht man einfach ein bisschen. Also ich könnte natürlich jetzt im Sourcecode nachschauen. Allerdings ist ja, ähm, sind ja das Informationen, die, obwohl, der Sourcecode, dann könnt ihr euch theoretisch auch runterladen. Ähm, aber dennoch sollte das mit diesen Informationen hier funktionieren. Ach Mist, ich finde das gerade nicht. Ich werde das irgendwann mal im Sourcecode nachschauen. Ich glaube, wir haben nochmal einen Faktor von, ich weiß es nicht mehr, 50 oder so, mit dem das multipliziert wird. Ist ja auch wurscht. Ähm, ich wollte eigentlich nur mal kurz den Debugger zeigen. Okay, jetzt haben wir jetzt so ein Timeout. Ähm, ja, lasst uns hier kurz einen Break machen. Äh, neue Folge kommt dann und dann bauen wir alles in dieses Koordinatensystem. Und dann bauen wir alles in dieses Koordinatensystem. Ja,